Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von EasyDuff.de. Ja, ihr seht vielleicht die erste große Neuerung. Auch wir von EasyDuff haben uns nicht lumpen lassen und haben uns ein T-Shirt machen lassen mit unserem eigenen Logo. Ja, ihr habt auch gleich jetzt eine Redewendung kennengelernt, sich nicht lumpen lassen. Das heißt in dem Fall entschieden handeln, sich nicht zurückhalten und so weiter. Gut, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dieses Video kennen unsere Campusmitglieder bereits und zwar mit Übungen. Wenn du also den vollen Vorteil haben möchtest, auch mit Online-Übungen zu diesem und natürlich auch zu vielen anderen Videos haben möchtest, dann ist der Platz für dich eine Premium-Mitgliedschaft in unserem EasyDuff Campus. Und der einfachste und günstigste Weg dorthin ist über unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik. Hier wird er nochmal eingeblendet. Früher 37 Euro, jetzt kostenlos für euch. Und heute ist das Thema dieses Videos der Unterschied zwischen schwer und schwierig. Und los geht's nach dem Intro. Ja, und wir gehen dazu am besten gleich mal auf mein Whiteboard. Hier hat mir eine unserer Mitglieder, also unsere Premium-Mitglieder, haben natürlich die Gelegenheit, uns ständig auch spezielle Fragen zu stellen, die wir dann kompetent und professionell beantworten. Hier hat also unser Premium-Mitglied Andrea gefragt. Hallo Peter, ich bereite jetzt neue Materialien vor und habe wieder auf einen alten Ausdruck gestoßen. Das korrigieren wir gleich mal. Das muss natürlich heißen, bin. Ich bin wieder auf einen alten Ausdruck gestoßen. Eine schwere oder eine schwierige Entscheidung treffen. Welches Adjektiv wäre hier besser? Natürlich ist dieses wäre wahrscheinlich ihrer Tastatur geschuldet. Das schreibt man mit Ä, also A-Umlaut. So, schwer oder schwierig? Ich habe sonst keine Probleme mit der Verwendung dieser Adjektive. Nur in dem Fall eine schwierige Entscheidung treffen oder eine schwere Entscheidung treffen. Tja, um das zu beantworten, schauen wir uns zunächst einmal die Bedeutung der beiden Adjektive an. Die habe ich hier mal visualisiert. Hier haben wir schwer und darunter haben wir schwierig. Schwer können wir wirklich mal ganz konkret beziehen auf ein Gewicht, auf alles, was schwer wiegt, was du in Kilos messen kannst. Aber natürlich auch im übertragenen Sinne kann man das benutzen. Zum Beispiel, ich habe viel Alkohol getrunken, ich habe nun eine schwere Zunge. Ich kann nicht mehr richtig sprechen, ich lalle nur noch. Dann ist die Zunge ja nicht tatsächlich messbar schwerer geworden. Sie ist nur schwerfälliger. Aber das kann man grob in dieses Bedeutungsfeld schwer einordnen. Und das Adjektiv schwierig hat eher so die Bedeutung von kompliziert. Und deswegen habe ich das mal durch diese komplizierte Struktur hier versucht zu visualisieren. Und ihr seht, die reicht auch ein bisschen hier oben ins Bedeutungsfeld schwer mit rein. Also schwer kann auch schwierig bedeuten oder kompliziert. Es kann auch im Sinne von kompliziert verwendet werden. Aber wenn wir es auf Menschen anwenden, dann ist eher so der Charakter gemeint. Und wenn ich schwer auf einen Menschen beziehe, dann ist immer sein Gewicht gemeint. Dann ist es ein schwerer, ein dicker Mensch. Wenn ich auf den Charakter mich beziehe, dann würde ich eher sagen, es ist ein schwieriger Mensch. Dann beziehe ich mich auch auf einen Menschen, aber nicht auf seine physische Statur. So, und das wollen wir mal in ein paar Beispielen uns bewusst machen. Ich habe hier einen Beispielsatz. Der Koffer ist viel zu, also ein Koffer als ein Gegenstand, den ich tragen muss. Da ist offensichtlich das Adjektiv schwer nur passend. Und deswegen, ich mache das mal weg hier, sehen wir hier die korrekte Lösung. Der Koffer ist viel zu schwer. Hier kann ich nicht schwierig einsetzen. In manchen Fällen geht beides, aber hier nicht. So, nun gehen wir mal zu einem weiteren Beispiel. Wir sind heute viel gewandert. Ich schleppe mich mit schweren Schritten nach Hause. Mit schweren Schritten. Also, ihr wisst natürlich, Schritte können nicht wirklich in dem Sinne schwer sein. Das ist auch, pardon, im übertragenen Sinne zu verstehen. Es bezieht sich grob doch auch auf dieses Gewicht, aber eher im übertragenen Sinne. Und deswegen können wir hier auch von schweren Schritten sprechen. Schwierige Schritte funktioniert hier nicht. Dann würden wir von komplexen Schritten sprechen. Hier bei der Prüfung kann ich sagen. Die Prüfung war sehr schwer oder auch schwierig. Hier funktioniert beides. Eine Prüfung ist nichts Physisches, was ich anfassen kann. Deswegen kann ich von einer schweren Prüfung sprechen. Das heißt einfach eine komplexe, eine schwer zu bewältigende Prüfung. Hier passt also auch die Bedeutung von kompliziert zusammen mit schwer. Und man kann hier beide Adjektive verwenden. Hier ist es egal, wie du sprichst. Es war eine schwere Prüfung, es war eine schwierige Prüfung. Es ist beides in Ordnung. Beim nächsten Beispiel geht es um den neuen Mitbewohner. Mein neuer Mitbewohner ist sehr schwierig. Hier beziehe ich also das Adjektiv schwierig, was sich ja auf komplexe Strukturen eigentlich bezieht, auf eine Person, auf einen Menschen, meine damit aber nicht seine physische Statur, sondern seinen Charakter. Der Umgang mit diesem Menschen ist schwierig. Er ist vielleicht launisch, er ist schnell genervt, es gibt oft Streit und so weiter. Dann kann ich sagen, uh, ein schwieriger Mensch, da musst du immer genau aufpassen, was du sagst, sonst gibt es gleich Streit oder er oder sie ist beleidigt oder sonst was, ja. Hier unsere Katze ist sehr schwierig. Es funktioniert also auch mit Tieren, alles, was so einen Charakter hat. Das heißt, hier kann ich auch nicht verwenden, unsere Katze ist sehr schwer. Das würde bedeuten, es ist eine dicke Katze. Eine schwierige Katze würde eher heißen, ah, es ist schwierig, ihr alles recht zu machen, ja. Sie will nur bestimmtes Futter haben und sie schläft nur auf dieser Decke und sonst nirgends. Und sie will ganz oft raus und dann doch wieder nicht raus. Jeder, der eine Katze hat, kennt das. Und so bezieht man sich also hier mit dem Adjektiv schwierig eher auf den Umgang mit der Katze, auf ihre Handhabung, auf ihren Charakter und nicht auf die physische Katze. Das funktioniert allerdings auch mit Gegenständen, obwohl ein Auto ja nicht im eigentlichen Sinne einen geistigen Charakter haben kann. Aber ein Gegenstand wie ein Auto kann auch ein bisschen schwierig sein. Deswegen ist in diesem Satz auch schwierig, nicht ersetzbar durch schwer. Ein schweres Auto wäre ein großes Auto, das viel wiegt. Wenn ich sage, ich lasse dich lieber nicht mit meinem Auto fahren, das ist ein bisschen schwierig. Mein Auto spinnt ein bisschen, ja. Das kann ich natürlich so im übertragenen Sinne sagen. Das bedeutet, es hat ein paar Macken. Ich muss ganz genau wissen, was ich zu tun habe, dass es wirklich anspringt und mit der Lenkung stimmt das nicht. Aber nur ich weiß, was man da genau machen muss. Und so kann man das auch auf Gegenstände dann anwenden. Mein Auto ist ein bisschen schwierig, lass mich lieber selbst fahren. Also alles so, was im Sinne von komplex ist und auf Charaktereigenschaften zutrifft, im weitesten Sinne, das kann ich dann auch auf Menschen oder Personen anwenden, im Sinne von kompliziert. Und schwer kann ich in dem Sinne, wenn es komplex ist, auf eine Aufgabe vielleicht etwas schwer zu handhaben. Dann kann das auch schwer im Sinne von kompliziert benutzt werden, so wie im vorigen Beispiel mit der Prüfung. Die Prüfung war sehr schwer. Ja, und dazu findet ihr jede Menge Übungen noch in unserem Campus Premium-Mitglieder-Bereich. Also unsere Mitglieder, die jetzt das Video sehen, können unter dem Video einfach Übungen dazu machen, um nochmal zu entscheiden. In bestimmten Beispielkontexten kann ich hier jetzt nur schwer einsetzen oder nur schwierig oder geht sogar beides. Und wenn ihr noch kein Premium-Mitglied seid, dann ist der einfachste und auch günstigste Weg dahin. Wenn ihr euch kostenlos in unseren Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik eintragt, hier wird es nochmal eingeblendet, es ist wirklich kostenlos, früher 37 Euro, jetzt kostenlos. Und von da aus kommt ihr auch sehr günstig an die Premium-Mitgliedschaft, wo dann alles für euch freigeschaltet ist und ihr auch individuell Fragen stellen könnt und so weiter. Gut, jetzt wollen wir aber dieses neu gewonnene Wissen einmal anwenden. Auf die ursprüngliche Frage hier von Andrea, heißt es nun eine schwierige Entscheidung treffen oder eine schwere Entscheidung treffen? Was denkt ihr? Ihr könnt ja mal kurz auf Pause klicken und kurz nachdenken. 3, 2, 1 und jetzt geht es weiter. Hier kannst du je nachdem, was du ausdrücken möchtest, beides benutzen. Es ist aber nicht synonym. Du unterstreichst immer eine leicht andere Bedeutung. Eine schwierige Entscheidung treffen wir dann, müssen wir treffen, wenn es sehr komplex ist, wenn du viel Information brauchst, wenn du dich umfangreich bilden, informieren und beraten lassen musst, um diese Entscheidung zu treffen, weil es vieles zu bedenken gibt. Es ist ein sehr komplexes Feld, um hier diese Entscheidung zu treffen. Wenn du sagst, es ist eine schwere Entscheidung, dann betonst du die Tragweite der Entscheidung, die Konsequenz dieser Entscheidung. Vielleicht ist es eine Entscheidung über Leben und Tod. Soll ich auf der Intensivstation die Beatmungsmaschine abschalten oder nicht? Das ist oft technisch eine sehr leicht zu treffende Entscheidung, aber moralisch vielleicht eine schwere Entscheidung. Du entscheidest über Leben und Tod. Und so gibt es natürlich in vielen Lebensbereichen schwerwiegende, das wäre dann ein Synonym, da ist auch schön dieser Begriff des Gewichts noch dabei, eine schwerwiegende Entscheidung. Das ist ganz gut, das unterstreicht die Bedeutung nochmal sehr gut. Also, wenn du sagst, es hat eine enorme Tragweite, es ist eine sehr wichtige Entscheidung, dann würdest du sagen, ich muss eine schwere oder eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Wenn die Entscheidungsfindung eher sehr komplex ist, dann würdest du sagen, es ist eine schwierige Entscheidung, die ich hier treffen muss. Ja, und das ist der Unterschied, nicht synonym abhängig davon, sondern abhängig davon, was genau du sagen möchtest. Und zum Schluss möchte ich noch euch diese kleine Übersicht zeigen, die ich zusammengestellt habe. Das ist nochmal diese Grafik. Die können meine Premium-Mitglieder oben, also im Mitgliederbereich sehen die ja dieses Video, ihr könnt euch oben in der Materialsektion einfach dieses A4-Poster runterladen und ausdrucken, wenn ihr wollt. Dann habt ihr immer diese Bedeutungsübersicht und hier nochmal Beispielsätze, die wir behandelt haben. Ja, und wenn ihr das auch wollt und noch kein Premium-Mitglied seid, dann erinnere ich euch nochmal an unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für Deutsch als Fremdsprache. Darüber könnt ihr sehr leicht und günstig auch Premium-Mitglied werden und habt dann auch Zugang zu jede Menge, wirklich jede Menge weiterer Materialien. Ihr könnt auch dann an unseren wöchentlichen Online-Konversationsrunden teilnehmen. Gut, das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Auch wie euch das T-Shirt gefällt, unser neues. Und natürlich freuen wir uns über Abos, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und natürlich lohnt sich immer ein Besuch auf meiner Website easyduff.de. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war Peter.